Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rinnt euch eine Sanduhr. Zucker, wir sind getroffen! Scheiße! Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Ur-Sigstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almaza. Sind Sie im Untergrund, verlieren wir Sie. Wir führen das Team an. Das werden Sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavalerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rinnt euch eine Sanduhr. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir Sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Lasville würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Al-Katala in Ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Lasville. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Was? Okay. Kapitän, die Zeit ist reif. Roger, Landung in eins. Weg, Humphoist unterwegs, das geht los. Erschau. Sind über der Landezone. Gut, bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger, ich schaff euch Platz, holen wir Leswell. Hey, Altamann! Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Station. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt, Jack. Empfange. Jack. Lass uns deutlich. Der Al-Katala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Sie erstmal zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Al-Katala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Leswell, bevor AQ die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auf Zivilisten. Kärten. Wir sind in der Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Jetzt genug. Jetzt wissen Sie, wie ich die Scheiße. Sie sind am Boden. Weiter vorrücken. Zulis nehmen. Hol uns nach unten. Ich unterhalte Feuer. 2-8-10-Racks voraus. Absicht, Kontakt. Absicht, Kontakt. Ich hab alle verbiest. Ich hab sie ausgeschaltet. Ich hab sie ausgeschaltet. Verdammte Scheiße. Vorrücken. Fast beim Pickup auf. Da ist ein Bündeter an Bord. Fast der. Verschaff uns etwas Freirausfahrer. Demutiere es mehr Position. Was besieh' dich in der Kabine? Nein. Was zum Teufel. Nichts. Der Akku hält. Zweitwarks voraus. Viest. Akku visiert uns hals. Die Pisser sind gepanzert. Dein Genwatz, aber ... Drück verschoben. Er ist beendet. Der Akku ist reinget worden. Schau. Wir sind getroffen. Drecklich. Ich bin nicht tot, Nick. Ich hänge an einem verdammten Seil. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja, wie ist das so gut? Ein ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Ich habe ein Fahrzeug. Der Agro-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gass. Dünne weiter die Herde aus und dringst du das Wort vor! Ich schicke mehr Soldatenfahrten. Verstanden. Das ist deine Position. Wir holen auf. Sechs Rände. Schöpfchen! 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 Der Oberfluss ist gleich weg. Oh 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 Verfolge den Konvoi nach Osten Verstanden! Bleib an ihnen dran! Wir kommen zu dir! Gerne melden eine Akutstraßensperre voraus Bestätig! Ich sehe sie! Du wirst sie rammen müssen! Durchbrechen! Tötet so viele wie möglich! Machen wir ihnen Angst! Wollen sie nicht tun sie? Steht! Ich bin durch! Verstanden, Staschen! Achtung auf der Ferse! Wo die ist es los? Das sind Zivilisten, Nick! Dafür wird der Akku brennen! Mienen vor los, Staschen! Ich bringe es zur Reichheit damit! Ich bin durch! Wo kam diese Minne? Von einem Truck vor dir! Ich bin durch! Ich bin durch! Akku trifft Zivilisten! Wir müssen diesen Truck dicht! Wien Problem ist gelöst! Mit der Schirr, schreien! Ich bin mit der Schirr, schreie! Erart, Schreie! Ich bin mit der Schirr, schreie! Staschen! Eracht! Eracht! Alle Einheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Ich bin gerade an der Straßensperre vorbei. Yes! Captain! Alcatala hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! Wir schießen. Das ist Feuererteam. Schön, dich allwiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen Leswal näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Farah. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain! Alcatala kommt uns entgegen. Sie versuchen uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Komm! Gers, greif sie mit dem Werfer an! Verstanden. Bin dran! Direkter Treffer! LNG, rechte Zeitung! Kassel, Nix! LNG, rechte Zeitung! LNG, rechte Zeitung! LNG, rechte Zeitung! LNG, rechte Zeitung! Verstanden. Verdammter Mist. Weiter, Gass. Lass dich nicht treffen. Sergeant, du musst näher an diesen Empfehler ein. Ich bin in Position. Okay, mach dich bereit. Jetzt, Sergeant. Steig auf mich. Die halbe Ladung muss verschwinden von der Sache. Ladungen platziert. Kling, spring rüber. In der Tat. Nikolai, blockier sie mit dem Heli. Sie ist dabei, Gass. Kontakt! Aufpassen. Last one of Nikolai sind for uns. Verstanden. Los! Nicht aus. Mach deinen Text. Eis. Wie flick. Verstanden. Der Entwickler ist stabil. Die haben Kissenschaften. Die taunend. Was ist das? Oh, 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 oh. Die Möller-Gültere! Die Möller-Gültere! Das war's. es ist vorbei ein familientreffen sieht so aus gleichfalls ihr alle sind in der masa hier ist es nicht sicher abmarsch